Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein! Willkommen zurück, meine lieben Luppig, Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch Luppig werden wollen. Heute spielen wir in 3-Spiel-Modi gegen bei Quadrics. Wer mehr Kills macht, wir werden starten mit Skywars, werden danach noch eine Runde Bad Wars spielen und enden mit einer Runde. Mit Endergames, Endergames. Jungs, besser Moos, Alter. Wir haben bei Dario auch eine Folge gemacht, könnt ihr euch gerne mal reinziehen, lasst gerne auch mal einen aktiven Like da, da würde ich jetzt auf jeden Fall mal einen Raben reinkappen bei dem aktiven Like, Junge. Nice, Junge, du bist so kreativ. Okay, wie viele Kills hast du schon gemacht? 20, du? Äh, 35 in der 8x1. Aber verrat's nicht weiter. Ich hab den besten Spieler der Welt. Das ist schon mal in Ordnung, find ich schon mal gut. Hast du schon einen Kill jetzt? Er hat mich runtergeschlagen. Ehre, Mann, wie viele Kills hattest du? Ich prall ab wie in der Runde. Wie viele Kills hattest du? Keinen tatsächlich, weil der sich irgendwie gerettet hat. Das ist belastend. Ja. Also mit einem Kill gewinne ich den Hasen hier, oder was? Er ist schon langweilig, oder? Wäre schon langweilig, wenn ich jetzt so einen Kill machen würde. Ich würde mal auf neue Rundenbasis, neue Rundenbasis. Warte, Bruder, ich mach jetzt erstmal hier den einen Kill auf Ehre. Ah, mach jetzt. Wow, wow. Haha, der hat's überlebt. Hat der echt? Ja. Das ist belastend. Oh, bitte, überlebe auch. Ja, ja, bitte. Beste Spieler, beste Spieler. Scheiße. Ja, der mitteleuropäische. Oh mein Gott, ist das ein Skywars-Profi. Oh mein Gott, Junge, ist das ein Gameplay, Alter. Junge, damit hab ich schon mal Skywars gewonnen. Wow, die Strategie einfach. Jungs, einfach nur göttig. Göttig? Es ist die mitteleuropäische Form von göttlich. Junge, der spammt sich jetzt mit Leveln voll, weil er so gut ist. Guck mal, mir gibt er einen Hit und ich flieg bis nach Afghanistan und dir gibt er gar keinen Hit. Ja, belastend. Ja, komm, du bist der beste Spieler, ist okay. Hey, Skywars ist einfach mein Metier so. Heute ist nicht mein Tag. Was willst du machen? Guckst dir an, guckst dir an, Kill Nr. 3. Pass auf, Kill Nr. 4, guckst dir an. Das ist der mitteleuropäische Skywars-Spieler. Schreibe mich nicht so an. Mach ich aber. Ja, nice. Dein Lava-Placement, Alter. Krank. Oh, nice. Viel besser. Kein Problem, Bruder. Als bester mitteleuropäischer Skywars-Spieler. Junge, wie viel ich denke. Tens Kicks, Junge. In der 80.1. Bam, let's go. Let's go. Er wird mich killen. Er killt mich. Ich hab auch ein Bett, Digga. Er hat mich gekillt. Bist du tot? Ja, Junge. Das ist so lächerlich. Ja, dann machen wir eine neue Runde. Ja, danke. Ja, geil, Digga. Jetzt geht's los, Dario. Jetzt geht's los mit der Badwars-Runde. Jetzt geht's los. Alter. Also, wer mehr Kills macht, ne? Meines Sohne Ehrenmeld. Betten zählen nicht. Es zählen finale Kills. Nur nochmal als Regel so. Hey, hast du schon ein Bett oder ein Kill? Hast du schon ein Bett oder ein Kill? Nee, hast du einen? Ja, jetzt gleich. Oh. Deine Nex. Es zählen nur Kills. Zwei runter. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Eins. Das war nicht meins. Ich hab ein Bett gewollt. Ich hab nur so mit Schweiß. Scheiße. Mein hat ein Schwert. Weh, der Kli... Ey, ihr habt mir den Kill geklaut, Alter. Du hast jetzt zwei Kills schon. Nee, nee. Ich hab ein Bett, aber den Kill nicht bekommen. Also hab ich noch keinen Punkt, Alter. Irgendwann. Irgendwann, der stört mich so anders mit seinem Schwert. Bei Herzen. Jetzt krieg ich einen Kill. Hoffentlich hat der ein Respawn-Pot. Ich hab einen Kill. Ich hab einen Kill. Ich hab auch einen Kill. Scheiße. Eins, eins. Oh, ich bin gut am Schwitzen, Digga, muss ich sagen. Ja, ich auch. Es ist so warm in meinem Zimmer. Ja, genau. Deswegen schwitze ich nicht mehr. Ey, Mann. Ich bin so schlecht, ey. Das ist der letzte Noob und du killst mir den jetzt nicht. Wenn ich den jetzt kriege, ne? Fuck, Junge. Ich hab so Schiss gerade, dass du schneller bist. Hat er nicht? Ja, halt. Ja. Nein. Bitte, bitte Kill-Lumpy. Bitte Kill-Lumpy. Nein. Nein, er hat nicht. Ja. Nein, oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Alter, was hast du für Glück. Das ist der letzte Stevo. Alter, der ist so schlecht. Oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Junge, ich muss richtig Gas auf der Außenbahn geben hier. Junge, Usain Bolt ist unterwegs, Alter. Nein. Ach, Mann. Ich will nicht mehr. Kaum zu glauben, der ehemalige Sprintstar in dieser Szene zu langsam. Ey, Mann, jetzt krieg ich halt. Hast du den Kill nicht? Ja, er hat den Kill nicht. Oh mein Gott. Ich hab noch mal eine Chance. Das ist gar nichts. Ich hab eine übelste Chance, Junge. Du musst jetzt schneller zu dem Boot. Oh, Junge, wieder der Usain Bolt auf der Außenbahn. Hoffentlich rennt er über meine Seite. Kaum zu glauben, der Ehem... Bitte renn über meine Seite. Bitte, bitte nicht. Bitte lauf über die lange, Bruder. Oh, ich will fast runter. Nimm die Außenbahn, Usain Bolt. Nimm die Außenbahn. Los, Bruder. Ja, er läuft über meine Seite. Nein, oh Mann. Danke für Target. Mochte dich mal. Bei Quadris macht es sich unbeliebt. Der nimmt das richtig ernst. Ja, er fühlt es. Er fühlt es. Wir killen gerade seine Sets, Alter. Ich fühle es. Junge. Scheiße. Nein, er ist runtergekommen. Oh, er hat kein Kill, Digga. Oh Gott, ich muss mich zu sagen. Ey, what the fuck? Aber krass, Digga, wir haben beide einen Kill. Jetzt, jetzt wer, wer... Dieses 1 wo es 1 gewinnt, gewinnt Batwoss, ne? Ja, ich merk das auch. Alter, Dario, ich bin übelst angespannt. Ich merk's schon. Bei mir schwitzen gerade Stellen am Körper. Das hätte ich niemals gedacht, dass die schwitzen, Alter. Das weißt du, ich stehe halt vorne. Nein, 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 nein. Ich bin hier beim Bett. Ah ja, okay. Ja, okay. Mach nicht diese Psychospielchen mit mir. Oh, Bruder. Jetzt deckt er sich wie sonst wieder Wie hoch kannst du? Ich kann hoch, Junge Das war ja dumm ein Gedanke, weil du halt verliebst Du scheißlacker, du scheiß Und ich fall 100 Jahre, du schaffst das Du Das ist so Das ist so Das ist so Nur weil wir auf Kombi spielen GG So Freunde, wir sind in der Ender Games Runde Wer hier wieder mehr Kicks macht Kriegt Die Das ist die Endrunde der Ender Games Es steht zwar schon 2 zu 0 für den besten Minecraft Spieler Mitteleuropas, aber Immerhin kann bei Quadrics hier noch einen Ehrenpunkt holen Es ist so traurig Bist das du? Der hat mich zerhackt, Junge Der hat mich wirklich zerhackt Lumpi, ich wurde zerhackt Was hat der für eine Range? Äh, der hängt Mach Ja, nicht schon wieder Ja, gut So, wir sind im dritten Game Eski Best of Best of 3 Man muss 2 Dinger gewinnen Dann hat man den Punkt hier Safe geholt Scheiße, ich dachte Ich würde sagen Wir holen uns jetzt grad mal Galant Das Feuerzeug Was? Was? Das ist so ein bisschen low, Alter 1-0 Leiner Ach, Mann Dario, das macht heute so Spaß mit dir aufzunehmen, ey Ich bin... So, zweite Runde spielen wir mit dem Sup Kid Weil Dario denkt, dass er da vielleicht heute mal ne Chance drin hat, aber... Ja klar, weil ich... Ich bin immer sehr rassiert auf jemanden Er ist auf jeden Fall Sup PvP YouTuber Ich hab ne Aufnahme Ja, ist egal Ist egal Ich hab grad meinen Rücken gepeelt Und der Aufnahme, man kennt den Ja, wenn du mal ein bisschen nach vorne dich setzst Kann ich aber nicht Ja, natürlich Da wird auch eine Aufnahme Okay, stimmt, Klumpi ist schon ein bisschen easy So ein Einfachtheorie Och, Scheiße Lach nicht so ekel auf die Tumme Was geht? Ja, sowas sagt man aber nicht Also, Entschuldigung Das, äh... Ja, es verschwitzt Ich weiß dazu Oh, jetzt hab ich nicht auf meine Suche geackt Freunde, das war's Dario kassiert 3-0 Och, Mann Und hat ekelhaft geschwitzt Würde seine Mutter sagen Wir sehen uns im nächsten Video Lasst ein Like und Abo da Schaut bei Dario vorbei Was ist das? Ja Darf ich mir den Nur den Pickel ausdrücken, Mama Nein Nein, nicht ausdrücken den Pickel Das ist der Pickel jetzt, danke Jungs, du hast so viel Glück mit dieser Aufnahme Das ist unglaublich Jungs, das... Oh, Gott Das ist... Wenn ich so ne Aufnahme hätte, ne? Alter